hallo liebe freunde willkommen zurück zu bloodborne hier sind mike und phoenix hallo zusammen ja im letzten part mussten wir noch mit ein paar leuten sprechen in der kathedrale und mit diesem guten freund hier und das holen wir jetzt nach ob ich von bergenworth gehört habe nein leider nicht die einheimischen ich weiß nichts über einen bergenworth und ich fürchte ich werde euch nicht mehr lange helfen können okay sagst du nicht mehr und ich fürchte ich werde euch nicht mehr lange helfen können gut dann laufe ich mal schnell zu kathedrale es gibt schneller wenn wir reisen gut dann ist mir noch eine andere sache durch den kopf gegangen und zwar nennen uns die bewohner von jama öfters mal widerliche bestie dabei ist es ja eigentlich ironisch da ist ja selber bestien sind kann es sein dass die nacht der jagd nicht nur eine jagd für uns ist sondern gleichzeitig auch für die bewohner und dass sie dann weil die bewohner sind ja werwölfe und dass die nacht der jagd von denen so zelebriert wird dass sie draußen jagen gehen und sie uns deswegen als widerliche bestien beschimpfen weil wir halt quasi vampire sind und gegen sie kämpfen ja das habe ich mich tatsächlich auch schon gefragt weil es macht eigentlich keinen sinn aber so ja also das kann sein würde auch den hass auf kein hörst erklären so ein stück weit ja aber dann verstehe ich mich so ganz den nutzen der kirche die kirche macht ja blutbehandlung ja eben und wir haben ja auch eine bekommen und wurden so zu jäger und ja das habe ich bei der media gesehen macht auch blutbehandlung ist aber dann werwolf ja das würde nämlich gleichzeitig noch mit einspielen die kirche die hier ansässig ist besteht ja auch aus werwölfen beziehungsweise aus dem widerlichsten der bestien wurde ja auch gesagt kleriker sind ja genau genau wobei eigentlich das macht noch was anderes wir sind ja bei josefka gewesen nicht bei der kirche richtig und da macht noch was anderes sinn das leitmotto der kirche war ja auch fürchtet das alte blut und das alte blut wir wissen ja dass vampire quasi unsterblich sind ja das könnte das alte blut sein von dem sie vielleicht reden und das laurent also dass zu lawrence gesagt wurde er soll das alte blut fürchten da er in der nacht der jagd aufbricht und in der nacht der jagd auch die vampire jagd auf die wehrwölfe machen vielleicht ja das haut hier das bilden das durchpassen wer weiß wer weiß aber ich finde es gibt sinn so oder das gibt wirklich so sind ja unsere omi sitzt zusammengekaut was sagt sie da okay sie verliert den verstand endet das noch mal bist du fertig okay nein da kann noch was wie konnte das alles okay mehr kommt da nicht so schrieb man mit dem gnome da der will dass wir leute einladen zu ihm triumph erhalten wir haben ja auch diesen mann von der oedon kapelle erzählt und dieser mann stellt uns ja als lügner da und dementsprechend ist er trotz dass wir von der oedon kapelle erzählt haben zu josefkas klinik gegangen weil wir ja lügen sind lügner sind und ihm nur böses wollen und ja deswegen befindet er sich jetzt dort und nicht hier naja schauen wir mal was aus ihm führt ja so herausforderungsglocke auch wieso kann ich die nicht mehr leuten hier komisch bist du in der kategorie das tor ist offen komisch das letzte mal also bei der vikarin konnte ich noch leuten hier das ist seltsam ich werde muss ich denn jetzt laufen dafür oder findet was in version statt das ist ja nicht zu mir hast du auch die große benötigt ja stimmt moment mal man kann ja nicht in einem gebiet leuten wo man den boss bereits besiegt hat oder deswegen muss ich dich wahrscheinlich dann auch gott macht den schaden deswegen muss ich dich wahrscheinlich anfangen des nächsten gebietes rufen wir haben schon gesehen es geht in einen wald hinein und dort werden ich und mike beziehungsweise mike und ich dann weitermachen gut jetzt erst mal wieder auferstehen als papier so steht das alte blut lawrence das ist die frage was hat es mit dem alten blut auf sich vampir blut könnte altes blut sein ja die jägerin der jäger könnte es dann sein dass aileen vielleicht eine krähe ist und quatsch ein krähe ein mensch ist und jagt auf sowohl werwölfe als auch auf vampire macht und deswegen auch andere jäger tötet naja wir wissen ja zum beispiel dass das kein mitglied der kirche ist und wer hat ja auch bestien gejagt wurde eine bestie war ja nee aber ich mein aileen jagt ja speziell auch normale jäger ja ja aber was ich meine ist halt vielleicht gibt doch einfach unabhängig von kirche und jäger noch menschen die einfach töten wollen so wie das war ja gut das kann war ja kein mensch ja er hat eine menschliche form wenn wir so aber ja gut ja noch im vorigen jahr ja aber es gibt halt dass man es ja das gibt ein paar teilen die hat auch bestien erledigen so ja klar also ja ja das ist so also die die meisten menschen die zum wölfen werden wir sehen dass immer dass es immer weiter geht dass den strenger voranschreitet töten ja nur uns nicht dabei ihresgleichen außer jas korn da bin ja sogar eine sequenz gesehen die ja gerade irgendwie in den kopf einschlägt ja ja nee aber ich meinte jetzt speziell die beweggründe von von aileen weil jas korn beispielsweise geht ja nicht auf andere jäger los und aileen also jas korn ist eine bestie die andere bestien erledigt gleichzeitig auch also werwölfe und aileen ist so könnte ich mir das vorstellen ein mensch der sowohl vampire als auch werwolf bestien erledigt so leute wir sind im waldgebiet ich kann den mark immer noch nicht rufen wahrscheinlich erst ab der ersten lampe und das könnte problematisch werden denn leute und ein waffe gefährdet denn ihr seht dass hier ziemlich scharf geschossen wird und leute die haben die haben bumms hinter ihren knarren so ja gut dass bisher noch keine einzige getroffen hat was meine waffe reparieren habe ich eine backup waffe ja ich habe eine allerdings benutze ich die nicht mehr so gerne okay ja schön nein nicht du aber das lesen ist so widerlich und verdammt stark aber da lasse ich zurückweichen ja dann auch die ganzen schützen hierzu die handteile recht nach auf dem hirnblatt und hunde natürlich die dürfen nicht fehlen ich habe schon sechs lucien verballert aber leute macht euch darum keine sorgen ja ich habe nämlich schon reichlich vorgefahren sprechen ist heute nicht so meins ich habe nämlich in meinem lager knapp 200 blutviolen auf mich warten falls es eng wird also werden wir werdet ihr keine farming session mit erleben müssen aber so der sohn und hier auch noch profis du weißt was passiert wenn wir sagten wenn wir sagen diese profis ja jedes mal ging dem hans gut nächsten ermordet sowohl sind da sind auch gott das sind vier plus da hinten dieses komische ekel und das war doch aber ihr seht was die an schaden machen das ist oh mein gott ganz ruhig brauner schlag jawohl jawohl perry und drauf geht doch irgendwie habe ich das gefühl das spiel ist dezent schwerer geworden aber ja was muss sie schießen wir schützen auf einmal ihr habt sie nicht mehr alle leute boah so alle tot ah quecksilberkugeln oje dickes kaltblut knochenmark asche silberkugeln sehr schön ach ich muss meinen falltreiber reparieren ok da liegt noch was quecksilberkugeln alles klar ja in bloodbond wird es etwas häufiger vorkommen dass mike und ich ein bisschen solo durch die welt streifen müssen denn es gibt auch noch ein anderes gebiet in dem man nur alleine vorankommt vorankommt als wenig blutchen scherbe dann können wir die ddd dingens kirschens verbessern ach wie heißt das nochmal die waffe ja die eine war die falltreiber genau dankeschön ja wie gesagt es gibt noch ein gebiet wo wir dann getrennt werden und dann erstmal wir also ich und solo weiter kämpfen müssen ja ja und das gebiet ist ja das ist ja jetzt nicht so groß ja aber die gegner sind stark das stimmt ja wie konnte ich nur respekt vor dir haben aus 1400 sälen oder echos schon wieder 10.100 schon wieder ein level so hemmweg knochenstraße ach sie ist doch schön nicht ah hör das ist schon gackern die alten hühner so leute ich mach einen kurzen cut und wir sehen uns gleich mit mike hier wieder so freunde es geht los hör dir diese alten gackern weiber da zelebrieren sie ihren rausch stirb alte omi mit ihrem hackbeil draußen ne sind sie am tanzen am lagerfeuer ohne witz ja sterb doch alle voll das hillbilly doof ja das ist es wirklich das ist es wirklich das ist es wirklich was sie ist so ok ja ich glaube da gibt es nur ein text wenn du vor der bicarin her kommst echt da gibt es ein text denke ich mal ich weiß es nicht stimmt das könnte ja sein man kommt ja die sind alle so groß ja auch nein mein freund du alles verbracke da oben ja mal dickes kaltblut hier macht ihn erst hier gesucht ja mit dem hammer man muss ja noch gute kraft in den muggys in den kraft haben ja ja ihr wisst was ich meine ach dich kennen wir doch wir sind noch genau so schlecht wie vorher warum ist das explodiert du schaffst das mike wenn ich gut ein scherbe nice ich kann das schon wieder eine stufe verbesserten hinweg sie darunter klatscht ich hab sie gerade umgebracht in dem ich auf sie drauf gesprungen das kann für so eine alte dame ziemlich verheerend wirken gut und da hier moment hier war was man ich bin trotzdem rein das passiert mir jedes mal ich weiß dass so eine falle ist im fall trotzdem rein so kollege au es war ein einser parry wie er gemobbt wird so stell ich mir so eine straßenwande vor was du unser bruder beleidigt nicht mehr so was war hier da war nicht weitergehen ok ja genau hier kommen wir zur merkwürdigen dingen ich möchte es nicht definieren das hört sie sich nicht mehr an wie aber ich glaube den shortcut habe ich noch ehrlich gesagt noch nie gebraucht weil ich hier noch nie so gestorben sind ja genau und da vorne ist auch das tor was ein viel effektiver shortcut ist richtig hier war irgendwas ach ja oh mein gott machst du schaden ich wieso halte ich nicht einfach mal ab und an ich bin so doof wir sehen uns gleich wieder an der stelle ok willkommen zurück wir sind wieder da hatte timer ich wollte nur die teile aktivieren du ich habe wieder daraus gehauen geschossen nein nicht runterfallen dankeschön jetzt darfst du ja richtig dein blut und eine dame ja auch mal sowas noch damit kommt darum ist doch zum albtraum hier oben bei eben auch noch mal genau ich habe die frage ausgerüstet jetzt können wir es mal austesten 26.000 seelen schon wieder die waldfee ab jetzt geht das level los na ja was gibst du zwillings blutsteinsscherben zwei stück was ihn getötet nein ich hieß einfach mal auf gut glück haha einfach tot dann bis der partner kaputt kloppt blutunterlauf ne augen aha geil sowas fehlt noch in der sammlung so nett und langsam hier war noch was ja ich wusste es obwohl es wäre wieder so gelaufen dass ich sagt hier war noch was und dann bringt das für mich um warte die gehört mir ja das ist alles verrückt die glockengläuter ist gegangen und der klang der finsteren glocke ist verschwunden ja verdammt gulli 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 ramsamsam okay ja auch aufstehen man kann sich ja gar nicht das finde ich cool in darkshots 3 dass man sich aus der aus der gs doch einfach rausräumen kann es geht viel schneller nicht so cool langsam gechillt noch aufstehen ja auch könnte fatal werden wenn gegner kommt so wieder kommt schon schaffst du ja voll die wollte mich runterstoßen die sau ja das passiert mir hier öfter nett langsam hallo schön gemacht mich bekam ist wie der einfach drauf löst stimmen und der letzte rambo wo ist die wo sie werfen ist jetzt hinter den riesen was ein ich habe was anderes moment ja ich sagte im moment du blöde kuh ich wusste es sobald ich sind ins menü gehen als ob die es riechen jetzt aber das war meiner schalldämpfer aua nein stoß mich nicht das gefährlich hier so schön ich mag gleichen da gehen wir noch nicht runter jetzt da gehen hier you have to be careful mit denen habe ich ganz schlechte erfahrungen am anfang das let's place gemacht ja damals war ich noch etwas kleiner so war das nicht gemacht das meint die gegner immer weglocken der arsch macht er mit absicht er weiß dass wir super cool wirken wollen und dann macht er sowas das tut mir leid oh der lässt sich nicht auf den boden knüpfen au angehbar so halt die klappe ja wir machen alles alles blutscheinscherbe knochenmark asche acht stück es muss ja ein bisschen mit dir mithalten mit dem wachhalsigen teil darf der nicht der einzige sein der so obercool ist ja hatten die nicht noch einen dritten henker hier weiß ich nicht ich sehe jetzt keinen das beunruhigt mich ok was haben wir hier auf das du an der kommunion teilnimmst vorsicht sie erhalten das ist eine der ja quatsch geh weg geh weg oh nein nein ich häng fest ok oh gott arsch äh ja das ist eine der accessoires die wir quasi ausrüsten können für uns moment ich lese es euch mal vor ähm see eine carol rune die unheim unmenschliche laute umschreibt die umschrift der unmenschlichen stimmen der großartigen kräuselt sich wie eine wasserreflexion diese rune bedeutet seh jene die sie erlernen nehmen weniger physischen schaden große mengen wasser bewachen als beugert den schlaf und prophezeien die unheimliche wahrheit überwinde dieses hindernis und suche was dir gehört ok heißt das wir sollen in den see springen stammt sehr ja also wenn ich nach dem text gehe würde ich reinspringen aber ich bin auch ein idiot überwinde dieses hindernis und suche was dir gehört ja 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 ne lass mal du kürzlich war nichts hier außer einsicht erinnerst du dich an ruhe ne 38.000 seelen ja das werkzeug um die runen einzusetzen werden wir auch bald bekommen das wollte ich sagen ja überall gräber ich höre was wo ist denn der mike der fless mich ich habe ihn gefunden aua 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 hehehe leuten habe ich mich fielen ohne witz ne wir haben das tor nicht geöffnet oder doch ich habe das tor gerade geöffnet oh mein god leute müssen wir uns gleich hier hehehe ich habe ihn gefunden hehehe so leute weiter gehts da ist der afsteller nicht ja ihr wisst schon ach nein falsche taste jetzt habe ich 51.000 hilfe ich habe angst ja ja ich denke leichte verkehrt herum drüber hehehe ach schadest du nö nö hallo omi au oh wollte doch nur ein bisschen suppe hm ne jetzt kommt der boss oder ja ach ne ist hier ne lampe vorher ne ja miss ich habe so viele seelen ja ach treffe nicht ja dann darf ich halt nicht sterben ganz genau das ist jetzt auch nicht die herausforderung bei dem was ja gut wenn es am ende so viele von diesen fischern werden schon wir kommen bei der hexe von hamburg und die beschwert die ganze zeit solche aschis genau genau unser job ist jetzt die hexe zu suchen und zu töten also halbstand das nur dass sie halt irgendwie frage sie so nein hast du sie ja wo denn ich habe sie schon wieder hat sie und man die attacke dauert so ewig im korb da oben doch ich packen ja noch Leute hat ein backstab geräusch von sich gegeben so wo taucht sie jetzt auf nachher erstmal den typen töten ach man jetzt macht doch geht doch ich glaube die schreiber hier irgendwo in der ecke oder ja na da hinten ja jawoll ich wusste es nicht habe ich habe ich richtig gehört ja okay die zweite hexte ist da also da ja sie hat direkt mal drei beschworen lasst uns erstmal die kleinen töten ok ja ja aber der lebt noch ok nächster ja 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 ich habe mich festgehalten ja 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 Gegneranzahl minimieren. Okay, wo ist sie? Sie ist klar verschwunden. Hab eine! Ich hab auch eine. Okay, sie ist wieder verschwunden. Da vorne! Ich hab dich gesehen, Oma. Und friss. Das war die erstes wieder down. Die andere war gleich. Ah, sehr schön. Na, fällt es jetzt in dir zusammen? Oh. 11.810, sehr schön. Blutunterlauf, eine Augapel, vier Stück. Vielen Dank für die Kooperation, mein Freund. Äh, bitteschön. Gern geschehen. Hehehe. Okay, Leute. Dann wird es Zeit hier unten etwas Wundervolles aufzusammeln. Oh, geil. Gleich können wir gut leveln. Boah, es gab echt viel Seelen hier. Von diesem Totenjäger, der gefesselt hier hängt. Runenwerkstatt, äh, Runenwerkstatt, Werkzeug. Genau. So, damit gehen wir jetzt zurück in den Albtraum des Jägers, ähm, leveln, ich glaub, es dürfte knapp sieben Level geben. Ähm, und, äh, rüsten unsere erste Rune aus. Ich mein, wir müssen aber schon eine andere gefunden haben. Ah, ne, Kommunion gibt's ja später, ne? Ich weiß es tatsächlich nicht. In der Kirsche, glaub ich. Ich glaub, die könnten wir schon holen, aber das mal zugegebenen Zeitpunkt. Ähm, so. So, das setzen wir hier ein. Carol-Rune lernen, um unheimliche Stärke zu erhalten. Ähm, genau. Hier dieses Leuchtende, da können wir quasi unseren Eid reinsetzen. Schwurgedächtnis. Äh, dort werden wir auch den Koop-Eid dann, äh, freistellen. Okay, das befindet sich im nächsten Wald, wo wir als nächstes auch hingehen werden. Und hier können wir die Seerune reinmachen. Physische Schadensreduktion plus 3%. Das klingt doch gut. So, wir können unsere, äh, unsere Waffe verstärken. Falltreiber auf Stufe 4. Ach Mist, jetzt fehlt noch eine, damit es auf Stufe 5 geht. Moment. Man kann bei den Wartenboten nämlich auch, ähm, Scherben kaufen ab einem gewissen Zeitpunkt. Ja, okay, aber hier gehen gerade erst die kleinen. Äh, übrigens können wir hier auch die, äh, Rüstung vom, ähm, Gatling-Gun-Typen kaufen, die es unten in Alt-Jahnam gab, und Jaskors-Gewand. Äh, Jaskors-Gewand brauchen wir später auch noch für eine kleine Nebenquist. Hm. Ja, so, das ist Germann. Germann können wir schlagen. So. Ähm, der zweite Altar hat sich offenbart, der führt nämlich zur Hemmweg-Knochenstrafe. Ja, toll. Können wir allerdings auch bequem hier mit erreichen. Das reicht schon. Ähm. Willkommen da. Was für... Gut, Puppe. Lass mal, äh, hier ein bisschen Kraft sprudeln. Wie viel sind's? Ja, dachte ich mir. Es sind... Sieben Level. Äh, alle in Vitalität. Nee, nicht alle. So, wir machen bis 850 Vitalität. Ausdauer machen wir mal auf 100, ja. Und dann noch einen in... Einen in Arcan. Denn Arcan werden wir später noch brauchen, und das muss ich mal nicht bis Level 16 gelevelt haben dafür. Ach, machen wir einen Blutfärbung. Ach, ich bin so entscheidungsfreudig. Okay. Die restlichen Seelen geben wir gerade mal für Fiolen aus. Wir haben wieder ein paar verballert. Ja, jetzt bin ich wieder auf 184 runter. 6 Fiolen oder 11 Quecksilberkugeln. Ja, ich mach 10 Quecksilberkugeln. So. Und, äh, damit ist dieser Part beendet. Und das nächste Mal geht's weiter im Wald, würde ich sagen. Ja. Ähm. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Lasst uns doch was da, wenn es so gewesen sein sollte. Kommentare, Likes oder auch ein Abo. Das wäre saunett von euch. Und, ähm. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Fönix und Mike. Tschüss, tschüss. Oder möchtest du noch ergänzen? Ähm, ich wüsste nicht was. Okay, dann gehen wir jetzt. Boobah.